einen wunderschönen wünsche ich euch herzlich willkommen zurück zu dead by daylight killerlein heute mit dem uni ich bin immer noch verwirrt warum meine aufnahme unten keine zeit anzeigt aber wahrscheinlich macht die das nicht ganz einfach aus dem grund das nicht richtig angedockt ist genau jetzt macht es alles schick alles gut nichts schlimmes passiert so uni das dass ich von zu viel rum gespielt hat dass ich das nicht schaffe das was ich mir vorgenommen habe und ich muss nicht nur trinken ihr wisst ich vergesse das immer zwischen der aufnahmen und außerdem habe ich jetzt gerade die uni geschichte gelesen bin zwar nicht fertig aber nicht schlecht er ist kassan los 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 und ich kann mit den uni schon gehen aber das ist nicht so schlimm das sind so folgen wie man es nicht macht alles gut nix schlimmes alles gott christlich aber wie das seht ihr gar nicht ob ich habe ich kriege eigentlich nie richtig gänse hat aber jetzt richtig aber mann 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 ich bin ja selber erstaunt die lebende haben oft einen plan die gestörten abteilung alles klärchen wunder bärchen hallöchen taxis x d ichZA green die ich charakter ich ich ja da war aber noch jemand 100 pro genau fängt ich wusste es doch und ich auch noch so auf dem auch So, die Astellik? Die Mondschlag, die Mondsprint. Und... Schlamfenklautert, ha? Ich bin ganz so blöd, den bin ich auch mal hin. Ja, Entschuldigung, Roma, ja, du hast... Ich hab dich schon gesehen, fang. Ich hab dich schon gesehen. Willst du ihn? Ja, ist ja richtig, die sollen ja auch retten. Mann! So, da probieren wir's jetzt nochmal. Ah! Mann! Ich bin ein Sprint. Wie war das? Da war's? so hier wieder ran oh das ist meine grieferd muss hin die letzte oben ist jemand bring's auch gleich tot so Und da geht er schon zurück, wie schade. So, ja. Gut, sehr schön. Mal ein bisschen Sprint, ne? Das habe ich noch gar nicht gemacht. Aber ich muss sagen, es läuft eigentlich ganz gut. Oh. Ah, so tue ich das wieder ab. Okay. 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 Ich habe dich gesehen. Gehört, gesehen, wie auch immer. Ah! 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 Geil! Ah! Du fein? Na, du Fein. So. Ist die jetzt abgehauen? Ah! Oh, guck mal. Hallo? Oh, guck mal, guck mal. Das geht nicht los. Ist der Kerl? Nö. Und sprinten. Die ist hier gewesen. Nein, David, ich will es nicht. Was auf, was auf, bleib liegen. Was auf, was auf, bleib liegen. Ich will den David nicht. Dieses kleine Miststück. Ah, der wird auch geheilt. Hier war ich das ein bisschen. Da kommt nicht angeflitzt für dich. Merkste was? Du bist scheiße. So. Was ist meine Glühwe? Warte mal. Irgendwo hier. Was ist die hängt, David? Was ist das? Komm schon, bitte. Zu. Bin schon arschig, oder? Ist hier vorbei gelaufen, David? Ist das jetzt blau? Nimm mal. Hier ist in Ordnung. Ist doch nicht so schlimm. Ich habe meine Glühwe nicht gefunden. Das ist schlimm. Mensch, mein Gott. Ein Pupf. Oh. Und der hat nur hart im Nehmen mit. Oh. Und der auch. Oh. Oh. Nimmer. Ich hab trotzdem mit Chi-Chi raus. Vielleicht ist er noch ein Epic-Spieler. Ich hoffe ihr hattet ein wenig Spaß mit mir. Und ich freue mich natürlich auf die nächste Folge von Dead by Daylight. Viel allein. Bis dahin. Ciao.